Aus der Tiefe des Meeres taucht ein furchtbares Ungeheuer auf. Hoch mit dem Ding, los! Das dauert fast nicht in Ordnung. Zieh das Ding hoch! Zum Donnerwetter, warum dauert das denn so lange? Wird es den Menschen gelingen, dieses grauenhafte Monster zu besiegen? Ein Albtraum, den es in Wirklichkeit gibt. Eine Bestie versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Ein über 2200 Pfund schweres Ungeheuer sucht sich jeden Tag ein neues Opfer. Musik ist besonders gut in dem Film.